Aber das ist schon aus. Da ist kein billiger Fabrikspfeifen mehr, aber wenig. Und dann ist der Pfeifenmacher, da ist ziemlich viel Pfeifenmacher wert rund um. Und wir wollen alle das beste Holz haben. Und der Holzbauer da, er holt Holz auf die Erde und dann hat er zehn Prozent, die er verkaufen kann. Weil die Pfeifenmacher, die steht und schreibt, oh, 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 schönes Holz. Und die Reste von 90 Prozent kannst du dir als Brannholz. Niemand kauft das. Das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig.